Hallo Ulmer, wir, das heißt euer Team und der komplette Trainerstab, wir greifen zum Kochlöffel. Ja, ihr habt richtig gehört. Ratio Farm Ulm kocht ein Orange Dinner und zwar für den guten Zweck. Am 5. Februar wollen wir uns im Hotel Meinl an einem Drei-Gänge-Menü probieren. Warum? Weil auch wir als Team Farbe bekennen, wenn es darum geht, Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht wie uns. Mit dem Orange Dinner unterstützen wir die Dr. Clowns, die krebskrankten Kindern in der Ulmer Uniklinik Mut machen und wir unterstützen das Projekt Rollstuhlbasketball macht Schule. Weitere Infos und Tickets gibt es bald auf der Homepage. Seid dabei, seid Orange, euer Thorsten.